Eine Gasexplosion in der nordchinesischen Metropole Shenyang hat fast einen ganzen Straßenzug ausgelöscht. Aufnahmen vor Ort zeigen, wie Gebäude dem Erdboden gleichgemacht wurden und blutüberströmte Menschen in Krankenwagen abtransportiert werden. Nach Angaben der örtlichen Behörden wurden vier Menschen getötet und Dutzende verletzt. Die Explosion ging am Donnerstagmorgen von einem Restaurant aus. Die Druckwelle beschädigte nahegelegene Gebäude schwer. Zum Zeitpunkt der Explosion fuhr gerade ein Bus vorbei, von dem nur noch das Metallgerüst übrig ist. Mehr als zehn Fahrgäste wurden verletzt. Offiziellen Berichten zufolge handelte es sich um eine Gasexplosion. Ein Freund von mir kam zufällig am Tatort vorbei. Er erzählte mir, dass viele Menschen auf Waren weggetragen wurden. Einige waren blutüberströmt. Viele Menschen wurden mit Krankenwagen abtransportiert. Eine Zeugin berichtete gegenüber einem chinesischen Medium, dass der Bus voller Fahrgäste war. Die Schockwellen der Explosion hätten den Bus fast 20 Meter weit weggeschoben. NTD kann die Zahl der Todesopfer nicht unabhängig verifizieren. Zeugen zufolge könnte die Zahl jedoch noch steigen. Es ereignete sich auf einer großen befahrenen Straße zur Hauptverkehrszeit. Überall fuhren Busse und Privatautos. Die Aufnahmen zeigen einen Atompilz nach der Explosion und überall Staub auf Autos und Gebäuden in der Nähe. Alle Geschäfte und Gebäude in der Nähe wurden vorübergehend geschlossen. Einige Anwohner bezweifeln, dass eine Gasexplosion so stark sein kann. Berichten zufolge wurde in der Nachbarschaft gerade die Renovierung alter Gasleitungen abgeschlossen. Es ist unklar, ob die Explosion mit den Renovierungsarbeiten zusammenhängt. Untertitelung des ZDF für funk, 2017